Das ist die höchste Brücke der aller Zeiten und die längste. Das ist immer das Wichtigste. Pennyberg. Das ist Pennyberg. Jetzt gehe ich wieder zu fahren. Gabrielberg. Dann wird SLB angenommen. Bahnhof Wöllingen. Die Köln sind jetzt 2016, oder? Gut, 2016, ja. Wer gut schmiert, der gut wird. Und jetzt vom Jahr 2020, 1 Uhr, bis jetzt? 3 Uhr, bis jetzt? 2 Uhr, bis jetzt? Die Sau, bis jetzt? Die Sau, bis jetzt? Warte, dann geht? Warte, dann geht es. Die haben da so zum 4.12 angenommen. 2.12, ja, danke. Da steht ja, da steht ja. Auch noch Wörlingens. Ja, da hat sich für 16 Cargo angenommen. Für 16 Cargo, ja. Wörlingen. Das ist jetzt 28, ja. Wörlingen. Wörlingen, das ist für 16, ja. Ja, super, genau. Ja, super, genau. Ja, hier wird 28 angenommen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Werningen wird im Jahr 2016 angenommen. Der ist im Jahr 2016. 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 Oh, oh, jetzt gibt's ... Oh, oh, jetzt gibt's ... Wir haben einen Topfro 16 angenommen. Schwerling wird 6,28 angenommen. Schwerling wird 2,12 angenommen. Rödingen으면 ... 2,16 angenommen. Rödingen? Regen und Gelreit? Rödingen, L Hier steht. Die Ereignisse wird angenommen. Die Ereignisse wird angenommen. Die Ereignisse wird angenommen. Die Ereignisse wird angenommen. Da kommt der Wuh-Wuh, der macht Wuh-Wuh. Da muss man mal anhalten hier. Der muss aber weitermachen. Wanningen wird LTE angenommen? LTE, ja, wird angenommen. Das sind die Ereignisse. Der ist ein kleinlobbediener. Werningen wird 225 angenommen. 126 angenommen. Mörningen. Alex, ja.